Hallo meine Lieben, was bringt die Sonne im Weltgeschehen? In den vergangenen Jahren ist das Leben nicht gerade leicht gewesen. Der Mars, der Kriegerplanet, hat uns ganz schön zugesetzt. Die Welt erlebt in ständigen Wechseln neue Krisen. In diesen Wirren mit Kriegen in vielen Ländern ist die Sonne ein kleiner Friedensbrote für die Kriegsländer. Dennoch ist unvermeidbar, dass es Unruhen, Terroranschläge und Unfrieden unter den Völkern weitergeben wird. Doch schaut, am Horizont geht jetzt ein Lichtlein auf. Dieses erhält uns in Hoffnung und Zuversicht. Das Dunkel der Vergangenheit wird von der Sonne vertrieben. Mit der Sonne begann alles, alles Leben. Sie ist der Kern unseres Lebens und das Herz unseres Seins, unserer Seele, unser Sein. Sonne, der kosmische Vater, regiert 2017 ab den 21. März und lässt die kommenden zwölf Monate erstrahlen. Vorüber sind unsere Ängste. Angesagt sind Lebensfreude, Optimismus, Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung. Und dazu darf man nicht zu Hause sitzen und warten, bis die Erleuchtung kommt. Auf geht's zu neuen Taten. Habt Vertrauen. Es kommen sonnige Traumtage mit Mut und Selbstvertrauen auf uns zu. Und wir werden eine starke Persönlichkeit und Energie in uns spüren. Jupiter unterstützt die Sonne und macht die Menschen freundlicher. Dieses Jahr soll unser Traumjahr werden. Die Sonne bringt es an den Tag. In lichtvoller Hoffnung. Eure Deria